Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man bei Windows 10 ganz einfach den Hintergrund am Desktop ändern kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall muss ich erstmal ein Bild aus dem Internet herunterladen, was natürlich auch von der Größe her passt. Mein Bildschirm hat zum Beispiel eine Auflösung von 1920x1080 Pixel, weswegen ich jetzt bei Google einfach mal etwas wie zum Beispiel kostenlos Wallpaper HD 1920x1080 eingebe. Wir danach natürlich Enter drücken und er spuckt mir hier unten zum Beispiel gleich mal die Webseite pixabay.com aus, was sich auf jeden Fall super anhört und da klicke ich jetzt gleich mal drauf. Als nächstes kann ich mir mal ein schönes Bild heraussuchen, was normalerweise auch das Dateiformat JPEG bzw. PNG hat. Mir gefällt das hier oben jetzt mit den zwei Bäumen und dem Gewässer ausrum, da klicke ich einfach mal drauf. Danach kann ich hier rechts drüben kostenlose Downloads einmal anklicken, dementsprechend noch die Größe auswählen. Bei mir passt es auf jeden Fall, weswegen ich jetzt wieder auf Download gehe. Danach, ich bin übrigens kein Roboter, weswegen ich nochmal hier das Ganze bestätigen muss und es wird auch schon heruntergeladen. Hier kann man übrigens auch noch sich bei dem Künstler bedanken und einfach eine kleine Spende hinterlassen, was ich natürlich auch auf jeden Fall empfehlen würde. Als nächstes wähle ich mal direkt mein heruntergeladenes Bild aus. Das Ganze öffnet sich bei mir jetzt auch schon automatisch und dann habe ich nämlich hier oben rechts die Möglichkeit, bei den drei Punkten drauf zu klicken, anschließen, festlegen, alles auswählen und hier können wir auch unseren Hintergrund nämlich nehmen. Da klicke ich jetzt noch drauf und sobald ich das Ganze jetzt wieder schließe, können wir auch schon sehen, dass mein Hintergrund hier fachgerecht abgeändert wurde. Wenn wir uns am Ende übrigens doch dazu entscheiden, das alte Windows-Bild wieder herzunehmen, einfach mal auf den Desktop einen Rechtsklick drauf machen, hier unten anpassen, auswählen und wir kommen auch schon zu den richtigen Einstellungen, wo ich jetzt entweder noch meinen Explorer hier durchsuchen könnte, aber bei mir ist natürlich das alte Bild immer noch richtig eingespeichert, weswegen ich dieses einfach mal mit einem Linksklick auswähle. Danach schließe ich es wieder und wir können sehen, dass wir jetzt bei Windows 10 auch schon unseren Hintergrund richtig geändert haben. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon, zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.